Da habe ich ja ein Top-Con mit so einer Gabel. Mit so einer Gabel. Wo denn? Die lässt sich alles hier fallen, oder? Was ist denn das für ein See? Da waren wir doch auf diesem großen Schiff drauf. Wo? Wo? Ich glaube, es gefällt dir ziemlich gut. Du siehst gleich das Schiff. Oh. Da ist die Höhle. Das auch. Oh Gott, die große Höhle ist da. Schnell, komm her. Hupi? Hapaschen!